Ich werde die Idioten wieder einholen. Ach, das kann ich ja ernst sein. Du bist ein Dreck, Windows. Microsoft ist doch kacke. Microsoft, du altverfickte Arschlöcher. Alles elendige Penner. Darf ich nochmal einschießen? Oder überspringen wir den Part? Es ist blöd. Ich bin gleich in den Part. Ich werde die Bounder fangen. Oh, oh! Wooh! Weg der! Ich hab noch was, was ich da Dieser Zeitpunkt ist, glaub ich, momentan, was der U3 schneidet haben Wooh! WTF? Nein, nein, komm, steh auf, steh auf, wey. Nicht lange machen, einfach aufstehen und einsteigen. Schneider, schneider, schneider. Ja, das war zu, das war zu. Okay, das müssen wir noch mal zu machen. Los, direkt mal, nicht schon wieder. Verstaunlich, was er alles überlebt. Aber erst mal davon abgesehen. Hau da her. Hau da her, Rukame. Wo ist denn überhaupt der Bänge? Okay, die Straße da links. Pießig, alter. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Oh nein, abfuck mich schon wieder. Meine Güte, ey. Sonst, weißt du, sonst war ich immer mit 100 kmh irgendwo gegen und genau in der Mission. Und da überlegt er sich mal fliegen zu lernen, weißt du. Genau jetzt, dann muss er fliegen lernen. Was ist denn da nicht ganz richtig in der Brace laufen? Der hat doch irgendwas gekifft durchgemacht. Nein, du sollst doch gar nicht abstregen. Nein, du sollst doch gar nicht abstregen. Nicht schon wieder. Ich dachte, der wird auch schon wieder. Fuck! Ah, nee, komm, der wird kurz mal ab. Nee, ach ja, man ist so dran gewöhnt von GTA und so rechtsklicken. Und dann habe ich den grad intuitiv gedrückt. Ich wusste nicht, dass er dann so eine Aktion macht. Es tut mir leid Leute, ich meine normalerweise spielt gar nicht so schlecht das Gang, aber irgendwie ist gerade der Raum drin. Jetzt ist hier Ruhe. Den Pappkatt. Rechter Maron. Oh! Siehste, ich fahr mal so viel gegen den Autos mit der Pfiffen runter, aber wenn ich mit dem Autos ging, gleich kann ich mal sein. Raps! Steigern! Steigern! Oh, es war bei! Oh, Johnny. Let's go submit it all, let's go submit it Wer bist du? Was möchtest du? Mein Freund möchte dir ein paar Nudeln servieren. Was? Bist du verrückt? Schau, Mann, ich habe künstliche Freunde. Ja? Wer wäre das? Ich glaube, ich werde dich töten. Erzähl mir ihre Namen, damit wir sie sehen. Was sind die Wahrheit, dass sie sogar sagen können, dass sie dich wissen? F*** dich, ich werde dir nichts sagen. Du musst, jemand anderes will fragen. F*** ihn auch! Das ist kein Erster, sondern wir sehen. Bitte beachte den Worte. Ich habe ihn zu Hause. Ich habe ihn zu Hause. Ich habe ihn zu Hause. Es wird immer spannend, was er mit ihm anstellt. Ich bin der Ratface. Ich bin Mrs. Chu. Winstons Mutter. Asama! Ich bin der Ratgezzt. Ich bin der Ratgezzt. Dass er nicht ein Mensch ist, warum der Antwort auf den ersten Tag haben? Kiefer! Das ist ein Mensch. Ich bin der Ratgezzt. Ich bin der Ratgezzt. Das ist ein Mensch. Was? Erinnern mich an den Anfang... Wtf. Triade! Triade mit miralde! Machen wir mal hier oben, zur Hinschaden durch Schlagang gewöhnt. Der Arme tut mir fast leid. Eine wütende, braune und mit einem Fleisch dabei bewaffnete Frau ist echt nicht zu spaßen. Ich glaube wir machen jetzt erstmal wieder ein paar Kampfsachen. Dann können wir ein bisschen was lernen. Wichtermann! Wichtermann! Das ist der Dark League, so ein Laster kann ich gegenbrettern ohne Probleme. Was ist denn dahinter, die Logik-Freunde der Nacht? Und gleich 3 auf 1 Streich. Oh, ein Hund! Exzellent! Ich verstehe deine Freundin. Sie war ein Attiz. Sie konnte es nicht kicken. Es ist keine sehr interessante Geschichte. Ich glaube. Ich weiß. Aber in light of that, your chosen career is rather interesting. To me anyway, knowing who you are. You asked me once not to lie to you. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Very nice. Ist wohl besser so. Jetzt muss ich nacheinander dreimal zugeben. Ich dachte an... Was machen wir? Was machen wir? Ähm... Bei betäubten Gegnern? Können wir eigentlich auch gleich in deinem Arm machen. Machen wir erstmal den Betäuber. Sehr easy. Ich ne, nicht mehr in deinem Arm machen. Ohhhhhhh... Und noch einmal hinterher. Der ist halt bitter. WIEK! WIEK! ÄH! Die du dich komm, umwinchst! Ich war geil, wenn man die in die Schülerverprüche noch... die dann noch auf die Baume machen. Wieこと dass, was Lust? Wie oft man den das Bein richtig aufgezieht hat. Wie gut denn? Ich habe einen von deinen Statuten gefunden. Was andere? So, was können wir lernen? Wir machen erstmal diese Beinbrech-Kombo. Die klingt nämlich sehr interessant. Das ist richtig hart. Ich kriege den armen Junge, das war das Bein. Ups, alter Mut. Das ist richtig hart. 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 So, Mikey hat Spaß noch mal mit den anderen Vögel hier. Das ist richtig hart. 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 Und noch einmal. Das letzte Mal, wir haben keine Statuen mehr. Ich habe eine von deinen Statuen gefunden. Ein Schieb. Das ist gut. Ich habe mal gedacht, dass wir zurück nach den USA gehen. Das hat nicht die erste Mal funktioniert. Warum würde es wiederum? Das ist der Vergangenheit mit dir, woher du gehst. Also, du bekommst das Vergangenheit, anzunehmen, von dem weg zu gehen. Das ist richtig hart. Ich frage mich, ist das Vergangenheit etwas, das wir nicht zufrieden können? Oder ist es etwas, das wir einfach zu Ende kommen? Was würdest du gerne? So, haben wir noch so etwas wie ein Ball hier? Oh, das finde ich gut. Das kann man nicht brauchen. Space plus F. Jetzt hast du Wuchu studiert. Ancient Master of the Fiend. Oh, das ist echt. Das ist doch nicht verletzt. Das ist doch nicht der Grund. ... ... ... ... ... ... ... kürzelt kürzelt an k k k k k k k k Es wird nicht genug für eine Herausforderung sein. Bitte, stopp mal wieder, wenn du einen an meinen Statuen findest. Lose Eden, also... Ach, Lose Eden, ich versteh nicht. Kann man nur sehen. Ah, da gab's was Weines. Die Schnüre unter euch. Aber für die Hongkong-Style, Leute... ...handschiff. So, Mariette. Sie ist los, Leute, sie ist los. Hey, Mann. Wait, you won't believe what those assholes did. Who? Those guys are top glamour, they're fucking with me. I brought them another load of watches. They were supposed to give me 200,000 for them. Instead, they give me this hunk of shit. I don't even know how to ride this thing. I gotta push it here. Calm down. Give me the bike, I'll get you your money. Hey, what are you gonna do? Same thing I always do, Jackie. Also, auf der Schnauzer. Standard. Bei Top Dämmer Imports... ... Воiv. ... ... Vielen Dank.